Das Jolifin Color Display Magnetisch ist optimal für die professionelle Zuschaustellung deiner Nähart und Farbgel Varianten. Du kannst die Tipps nach dem Bemalen ganz einfach durch das Ablösen der Magnetleiste in den einzelnen Spalten fixieren. So kannst du jederzeit blitzschnell den Inhalt umsortieren oder ändern und das in gleich 40 Steckplätzen. Mittels des Lochrandes kannst du auch perfekt einen Ordner anlegen und die Displays einheften. Natürlich erhältst du die passenden Tipps 120 Stück auch separat für das unentbehrliche Jolifin Color Display Magnetisch. Pretty Nail Shop – Jedes Mal ein Päckchen Glück